Ich sterbe gleich an dem Hunger. Hältst du? Ja, ich habe nur noch drei Keulen. Deswegen habe ich dich ja gefragt, ob du deinen Schein hast. Oh, moin. Ich sehe dich. Du bist aber noch weit unten, ne? Hey, du bist doch bei dem Schwein. Da unten. Nein. So, okay. Warte, ich bin jetzt über dir. Hallo. Ja, unter dir. Ja. Ich muss noch was machen. Ich habe jetzt genau drei Keulen und ich sterbe da. Ich baue jetzt hier noch was Holz ab. Ich kann auch nicht mal mehr sprinten. Ich habe jetzt hier schon wie ein paar Holz am Frat. Ich habe jetzt genau, er hat sich Kraft und mein Holz gleich oben. So, ich habe jetzt genau, Posten-Stack. Hast du da oben, hast du da oben viele Blöcke? Also viel Sand. Hier oben ist nur Sand. Würdest du mir vielleicht mal so ein bisschen davon fahren und mir runterwerfen? Ich habe noch. Ich habe so ein kleines Problem. Wo ist sie denn? Ach, da habe ich schon. Hallo. Das war jetzt ein kleines Problem. Ich bin jetzt hier ohne Blöcke fest. Warte, hör. Hallo. Oh ja, jetzt kannst du es mir gut runterlassen. Ich bin jetzt hier Hälfte, weil ich muss jetzt auch noch wieder hoch, ne? Ja, ein bisschen mehr. Ich bin nicht. Ich habe jetzt auch nichts mehr. Ich muss ja auch noch mehr hoch. Jetzt kann ich mich hochholen. Okay, okay, gut. Oh Gott. Ich habe aber Zuckerrohr 13. Die habe ich unten noch. Das hat nichts, ne? Ja. Aber gut, finde ich, einfach. Junge, dieses Loch, das triggert richtig. Wenn man da einfach reinfällt. Weil man dachte, dass es kurz nicht irgendwie geladen hat. Und... Das ist schon... Nicht so ohne. Gut, ich mache jetzt mir erstmal eine Werkbank. So, ich bin jetzt oben. Hallo. Ich crafte gerade. Ich kann mir einfach... Ich habe auch kein Essen, ne? Ich habe auch kein einziges. Kein bisschen. Kein bisschen Essen. Ich mache mir eine Ruhe, weil ich sterbe eh gleich. Lass mich ein paar Blöcke rein. Du, ich muss leider jetzt nach unten gehen, Essen holen. So schreibe ich. Spring doch gleich runter. Ne, weil ich brauche noch Blöcke, um mich zu hoch zu bauen. Oh, hast du den Zeppling schon platziert? Ne. Ich habe drei. Okay, Zeppling. So wird das wieder... Ich hole mal ein paar Blöcke. Ich habe jetzt zehn Blöcke dabei. Das ist tatsächlich so cool. Ich farm jetzt mal so Blöcke. Ne, ich hole mal einmal Holz, damit ich mir eine Schaufel machen kann. Oh, davon habe ich so. Dann kann ich gut samt. Ich habe auch nicht mehr die meisten neben. Ich hole uns jetzt Essen. Ich hoffe, das ist gut. Ähm, Leute. So, ich bin jetzt hier. Hä, Leute? Ich habe da nicht so. So. So, Leute. Ähm. Ich sehe hier gar nichts mehr. Die Sonne. Oh, die Sonne, die Sonne. Was kann man denn los? Ja. Da unten chillen schon ein Monster. Aber hier oben spawnen halt keine. Ja, okay. Ich bin gestorben. Oh, hä? Von Zom. Du wurdest vom Zombie erschlagen? Hä? Oh, oh mein Gott. Ich bin gerade was gestorben. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ey, das kann eine Dreiergruppe von Zombies. Ich hoffe, dass keiner zu mir runter schreit. Ich muss jetzt mal rennen. So, Leute. Ich habe jetzt hier auch leider keine Blöcke mehr. Außer einen Erdung. Und das sind Autodumpen ist so einer. Das ist so einer praktisch. Weil ich kann mich viel entspannter bedanken. Aber ich sehe gar nichts. Wegen wo ich bin. Weil ich muss nachdenken, dass ich mich einmal drehen überreiß. Hat sie nicht. Okay, okay. Ich muss irgendwo hin, wo ich Blöcke bekommen. Okay. Leute, die Sonnen triggert waren richtig. Ah, ich bin runtergefallen. Ganz wenig. Ja. Hey, jetzt bin ich am spawnen. Ja. Klar. Hey, wo war jetzt hier? Wir sind hier beide am spawnen. Ich weiß noch den Weg. Auf dem Weg nach Tieren gucken, ne? Mal ausschauen. Das ist so kacke. Man sieht halt einfach nichts. Gar nichts. Aber wir brauchen unbedingt Essen oben. Oder willst du hops gehen heute? Ich bin einmal hops gegangen. Weil ich keine Blöcke mehr hatte. Es war halt keine andere Wahl. Für mich gab es... Wo bist du? Ja, wie lange bist du denn gegangen? Oh, okay. Ach so, Kiefer. Aber im Wasser. Ist ja egal. Wenn man die sieht. Oh, 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 oh. Kiefer, kiefer. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Okay, ich will Schaden bekommen. Ich nehme die Blöcke mal ein bisschen mit. Kacke, Junge. Schlag keine Sch... Ja, sind eine Farm. Ja, achso, ja, stimmt. Naja, um Blöcke geht es mir nicht. Ja, wir brauchen... Hinter dir. Hinter dir. Verwitz dich durch. Oder, hau doch ab. Was ist denn denn? Hast keine Chance. Wir sind zwei Träger. Ich habe ja ein Essen, aber das bringt ja auch nichts. Lass die Pies versuchen und die kontrolliert Sprenglassen. Nein, wir sind ja nicht umsonst in einer Überlebenswelt. Nein, wir sind ja nicht umsonst in einer Überlebenswelt. Nein, wir sind ja nicht umsonst. Nein, wir sind ja nicht umsonst. Ja, wir sind ja nicht umsonst in einer Überlebenswelt. Ja, wir sind ja nicht umsonst in einer Überlebenswelt. Nein, wir sind ja nicht umsonst in einer Überlebenswelt. Nein, wir sind ja nicht umsonst in einer Überlebenswelt. Ja, wir sind ja nicht umsonst in einer Überlebenswelt. Ja, wir sind ja nicht umsonst in einer Überlebenswelt. Ja, wir sind ja nicht umsonst in einer Überlebenswelt. Ah! Ah! Oh ne, ich hab nur 3 Herzen! Oh ne, ich hab nur 3 Herzen! Oh, ich glaub! Ich hab nur 3 Herzen! Ok, 1! 2,5! Ich glaub, wir müssen Zombie Fleisch essen! Ich hab nur 3 Herzen! Ich hab auch viel Fleisch! Ähm... Mann! Wo soll ich jetzt lang gehen? Mach sie kurz! Ich mach kurz Sprengung, ok? Ja, aber mach sie kontrolliert! Ist egal! Ist egal! Ja! Ja, aber ganz wenig! Ich hab 4 Herzen! Ich hab 14! Ich hab wieder 4 Herzen! Ich hab tolle Herzen! Ok, ok, ich hab nichts gesagt! Danke! Ich hab wieder 4 Herzen! Danke! Ich brauch halt irgendwie was! Ich hab 2 Herzen! Ich hab 2 Herzen! Ich hab 2 Herzen! Oh, halbe! Ich hab... Es geht bei mir! Ich hab ein kleines Problem! Ich hab ein halbes Herzen! Ich hab ein halbes Herzen! Nein! Bist du... Hä? Was schon kontrolliert? Ich hab überlebt! So, aber das riskanteste, was du in deinem Leben machen kannst, ne? Ne, ich hab schon ein riskantes Sprengung mit einem Herzen! Ok! Ok, ich hab den Berg! Ok, ich hab den Berg! Du bist ja die ganze Zeit hingedatscht! Ja! So, Leute! Ähm! Oh! Hühner! Hühner! Oh mein Gott! Ein Herz! Ne, doch nicht mehr! Ok, ok! Ich muss jetzt noch kurz auf dem Herzen! Komm her! Komm her! Ah ja! Ja, ok! Ich hab Essen! Jetzt brennen auch die Zombies! Jetzt muss man... Oh! Die haben alles tolle Zombies! Alter! Jetzt muss man einmal was kontrolliertes machen! So, jetzt muss man einmal das... äh... einmal kurz was machen! Das Wichtigste! Oh, hier sind Schweinchen! Oh ja! Nehmen sie mit! Ich muss mir eine Werkbank craften! Und damit, ähm... eine Spitzjacke machen, einen Ofen machen! Weil ganz wichtig! Nicht einfach so essen! Wir brauchen einen Ofen! So! Auf vier Sticks mache ich mir eine Werkbank! Zack! Jetzt muss ich mir eine... Oh! 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 So Leute! Jetzt brauche ich acht Steine! Dann... Oh! Oh! Die ist so cool! Echt? Und das dauert jetzt noch zu lang! Ja! Und... Okay, Leute! So, ich habe jetzt hier noch... So, Leute! Aber zum Glück ist es jetzt... äh... Nacht, ne? Äh... morgens! So, ich... ich mache mir auf jeden Fall ein... äh... ein Stein... So, jetzt habe ich hier auch ein bisschen Leder! So, ich habe eine Kohle zum Braten! Jetzt brauche ich meine Werkbank! Wo habe ich die hergestellt? Umgang steht? Ach ja, da! Oh! Oh! Setzling! Okay! Nicht wichtig! Ein Schwein! Oh! Ist ein Baby-Schwein! Egal! Ich habe auch vorhin ein Baby-Schwein gekillt! Oh! Einen Apfel! Oh! 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 Normale Schwein! Normale Schwein! Mehr Schwein! Mehr! Ja! Ich hatte sie direkt geränt! Und ich habe sie jetzt getötet! Oh! Hier ist ein bisschen Erd und Fisch! Jetzt male ich noch den Ofen! Panali. Ich sag, dass ich auf este.. Jetzt habe ich noch ein Ofen getaffnet! Youth Cône gekraftet! entspricht unserem Langfaughkenkuchen Horrohes. Jetzt kann ich mir sogar noch ein Schwert machen! Geil! Kann ich mir das noch leisten? Ne! Ich muss einmal noch so machen! Da kann ich mir noch... Stein... Bro! habe ich nicht genug stein hey doch normal habe ich genug stein ja ich muss gleich auch ja los wir können nicht noch so lange machen das bedeutet wir müssen uns eigentlich mal beeilen und wein essen ist natürlich sehr wichtig wenn wir das noch braten ich habe hier noch ein scharf im bett das scharf nehme ich noch kurz mit und dann machen müssen wir auch kurz aus so jetzt müssen wir auch ach da bist du da hallo kommt gerade angeschwommen so leute ich muss wirklich gleich hier ausmachen ich habe tatsächlich extrem ja ich habe mir ich habe mehr steigen gefahren okay nächstes video bauen wir uns hoch ja warte ich stelle mich hier noch mal kurz hier ist muss jetzt ich muss jetzt das fleisch essen ich auch kurz so dann hähnchen hähnchen so ich ich brate das noch kurz und ja ciao so 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 Vielen Dank.